Hunter Biden, der Sohn des US-Präsidenten Joe Biden, wurde am Dienstag von einer Jury in drei Anklagepunkten für schuldig befunden. Er wurde wegen zwei falscher Angaben bei der Ausfüllung eines Formulars zum Kauf einer Occult-Pistole im Oktober 2018 angeklagt, zuerst, dass er fälschlicherweise angegeben hatte, er sei nicht drogenabhängig oder konsumiere keine Drogen, und dann, dass die Erklärung wahr sei. In der dritten Anklage hieß es, er habe die Waffe elf Tage lang illegal besessen. Hunter Biden droht eine Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis. Die Jury befand Biden in allen drei Anklagepunkten für schuldig, nachdem sie eine Woche lang Zeugenaussagen und Beweise im hochkarätigen Strafprozess gehört hatte. Das Urteil gegen Biden könnten die Demokraten nutzen, um Donald Trumps Behauptung eines politisch motivierten Justizsystems gegen ihn zu widerlegen. Dieser Fall macht Hunter Biden zum ersten Kind eines amtierenden US-Präsidenten, das wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Der Prozess gegen Biden folgt auf die strafrechtliche Verurteilung Trumps am 30. Mai, dem ersten ehemaligen US-Präsidenten, der wegen eines Verbrechens für schuldig befunden wurde, und dem republikanischen Herausforderer von Joe Biden, einem Demokraten, bei den Wahlen am 5. November.